Hi, ich bin Pega Feridoni und ich darf heute im Studio hier in Berlin für der Audio Verlag das neue Buch von Julia Phillips einlesen. Der Roman heißt Cascadia und handelt von zwei Schwestern, die auf einer amerikanischen Insel aufwachsen, in relativ ärmlichen Verhältnissen und eines Tages einem riesengroßen, unheimlichen Bären begegnet, der ihr Leben komplett aus den Fugen geraten lässt. Sam wusste sofort, was es war. Nur ein paar Meter hinter Elena und es kam immer näher. Zwischen den Baumrinden schimmerte etwas Braunes. Sam durfte nicht rufen, das könnte zu gefährlich sein, aber sie musste ihre Schwester warnen. Sie hielt beide Hände mit gespreizten Fingern hoch, stieß sie in die Luft, zeigte auf ihn. Möglicherweise waren sie zu weit voneinander entfernt, als dass Elena es ihr von den Lippen ablesen konnte, aber Sam formte das Wort trotzdem. Hauchte es. Bär! Elena nickte. Ging aber nicht weiter. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören. Und wenn ihr das Hörbuch gehört habt, dann könnt ihr direkt auch noch das Buch lesen. Man kann es, glaube ich, parallel lesen. Man kann lesen und hören gleichzeitig. Dann sinkt man noch, noch tiefer in diese wunderbare Welt und in diese spannende Geschichte ein. Kaskadia von Julia Phillips.